Na, geh hin! Na komm! Guck mal, was da steht! Geh mal hin da! Fein! Ein Stuhl ist mal kaputt gegangen. Die Lehne weggebrochen. Scheiße, da muss ich mal neue holen. Ja, Paul, schweckt es, ja? Ja, Paul, schweckt es, ja? Das ist noch etwas vorsichtig. Da kommt keiner, du wirst keine Angst haben. Ja, von Ordnung. Das ist noch was. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier noch meine Geranien, und das im November. Im Frühjahr kommt ein Netz hier ran. Bei meiner wusste ich Bescheid, dass die nicht springt, aber bei Paul weiß ich das noch nicht. Na, jetzt schmeckt mal Paul. Das schmeckt, gell? Spannend, ob du diesmal kotzen tust. Der letzte Geräusche, die kennst du noch gar nicht. Und mein Akku ist auch gleich leer. Erstmal noch aufladen. Und ich wollte noch... Wohin muss ich zum Arzt? Wegen meiner Lunge? Mittwoch will ich noch zum Tierpark gehen. Braucht neue Hertha-Videos. So, das war's denn. Ach, Ski-Dreck macht die fünf Minuten voll. Man muss ja nicht die fünf Minuten schauen. Wut hörst du denn da, da kommt ja keiner. So. Zwei, eins, null. Das war's. Vielen Dank.